Freunde, wir haben ein kleines Anliegen, ein sehr schönes Anliegen für euch und für uns auch. Ganz genau. Also es ist ein Thema, was uns mittlerweile schon über ein Jahr begleitet und wir machen jetzt tatsächlich das erste Mal Werbung für unseren Partner, weil uns ist es immer wichtig, dass die Produkte, für die wir auch einstehen, gut sind und dass wir die mit bestem Gewissen auch empfehlen können und das ist tatsächlich der Fall, weil wir haben bei uns im bekannten Freundeskreis sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, also definitiv. Und ja, das Produkt wollen wir euch mal ganz kurz vorstellen. Marcel, erzähl mal was zu Helden.de. Genau, Helden.de ist eine Versicherung für Bikes, egal was für Bikes, ob Rennrad oder Mountainbike, aber wie gesagt, im Endeffekt ist es wichtiger für Mountainbikes, weil da legt man sich öfter auf die Nase, weil Helden.de zahlt dir alles. Die zahlen alles, wirklich. Also im Finale habe ich mir die Felge hinten kaputt gefahren. Ich bin auf dem Stein gefahren, trotz Inlay bin ich auf dem Stein gefahren, habe Beulen im Hinterrad. Ich habe die angeschrieben, die haben gesagt, kaufen Sie sich neue Felge, schicken uns die Rechnung. Das habe ich gemacht. Innerhalb von drei Tagen war das Ganze gegessen. Das Geld war auf meinem Konto. Das ist alles... Die Geschichte mit dem Steuersatz. Steuersatz, genau. Die Geschichte mit unserem Kumpel Ole. Der Ole hat kaputtes Schaltwerk gehabt. Dann der Martin. Kaputte Kette. Wir sind nicht kaputt. Verschließende Kette, Verschließendes Kettenblatt hinten. Ritzepaket. Kassette. Anstandslos bezahlt. Anstandslos. Ohne Murren, ohne Knurren. Genau. Und wenn ihr sogar noch sparen wollt, können wir euch einen 10% Gutschein anbieten. Da habe ich zum Beispiel, mein Fahrrad ist mit 13.000 oder 14.000 Euro versichert. Hatte eine Versicherungssumme von 400 Euro im Jahr. Habe jetzt zurück unseren 10% Gutschein, 40 Euro gespart, weil 36 Euro war. Das war perfekt. Genau. Mein Rad kostet unter 10.000 Euro. 1800 Euro ist der Neupreis. Versicherungssumme 260 Euro ungefähr. Zahle ich jetzt dafür. Nexis Kassette. Ne Quatsch. Swam Kassette, was kostet die? 330 Euro. Ist die verschlissen? Ja. Ich meine, wir wollen jetzt hier keine Dips geben, aber das rechnet sich sowas von dermaßen. Definitiv. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir jetzt tatsächlich endlich mal ein Video dazu in Kurzfassung. Wir sind keine Profis, deswegen guckt nicht zu genau hin, was wir hier gerade machen. Aber das ist eine ernst gemeinte Empfehlung. Kommt vom Herzen. Richtig. Aber apropos, zwei Sachen sind nicht erlaubt. Leasingräder, wieso auch immer, ich weiß nicht. Fragen wir noch mal nach. Und Räder älter als drei Jahre. Genau. Wenn ihr zum Beispiel ein Specialized habt, was kurz vor drei Jahren Beendigung ist, mit Motorschaden wird der Motor anscheinend repariert bzw. übernommen. Kurzfassung, wir sehen uns auf den Trails. Bis gleich. Gleich fahr ich viel besser schon wieder. Wo wir unten angekommen sind, Alter. Ich sag, boah, bei dem Trail ist das gewesen. Hauptsache, du kommst heile runter. Oft kämpft man nach links und so. So steil und dann so. Alter, boah. Am Schölli oder was? Ja, neuer Trail. Okay. Ist links auch nicht gefahren, der Ralle. Ist das der, der neben der Steinplatte da rauskommt? Ja, genau. Ja, wollten wir fahren, letztes Mal weggelassen. Ich hab gesagt, das brauche ich nicht noch mal. Der ist ein richtig ekliger Trail. Ja, roll mal langsam rein. 85 Prozent. Wir fangen an aus, lieber, weil da haben wir die Sprünge noch, weißt du? So. Und wir denken, dass wir auch mal wegschneiden hier. Der Trail bauer hier. Oh, neue Leim. Das ist neu. Komplett. Ja. Hat es immer noch nicht gefahren. Oh, okay. Besser Oh, jetzt auch ein Sprung jetzt Okay, willst du dann? Hey, geil, geil Mann Besser, ne? Oh, was passiert? Alles zu Ah, was war das denn? Was? Du siehst Was? Den Baum hast du gepürt? Den Baum hast du gepürt? Den Baum hast du gepürt? Angelegt Ja, war schon mal gut Sie müssen sich gar keine Mühe geben Weil die Touristen, die kaufen alles Die gab es, schmeckt doch nicht Haben die gar keinen Vergleich Ich habe den Sizilien-Nein-Vergleich Ja, da möchte ich auch mal hin Da möchte ich auch gerne mal hin, Sizilien Ich möchte auch gerne mal auf Sardinien Sardinien ist auch schön Schönes Wasser Aber Essen auch scheiße Ja Sagen alle Alle aus Italien sagen, Essen ist scheiße So, die Landschaft ist alles schön auch Das Meer ist schön Aber Menschen sind noch kacke Ja Arrogante Pizza Ja Manche Trinken hat das immer Ja Ja? Ja Links oder rechts? Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Alles gut? Wir werden wieder unsere Freunde sehen hier. Ja, aber ganz ehrlich, am Einstieg der ohne Katastrophe, ohne Anleger. Ja, ja. Der muss auf jeden Fall sein. Aber hast ja gehört, den haben sie extra für uns gebaut. Okay. Okay. Hab ich doch angeschrieben. Ja. Haben sie ja nicht geantwortet. Haben sie ja nicht geantwortet diesmal. Kann ich doch sagen warum. Das ist nämlich nur Marketing. Wir haben mit der Technik nichts zu tun. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Ich habe keinen Kuss in den Bauch. Du hast einen Levo. Ich habe keine Bremse. Ich habe auch keine Bremse. Der Druck vom Rocky war zu groß. Oh ja. Endlich mal wieder. Ja. Endlich wieder Druck von hinten. Was ist denn los? Was ist denn los? Die Leistung ist reduziert, bis die Temperatur unter 75 Grad gesunken ist. Okay. Zu heiß. Einmal ab hier. Turbo. Turbo. Ein bisschen Turbo geballert. Ja. Gut. Es ist warm heute, aber... Ja. Aber nicht so warm wie in Kanada. Ja. Wo die Leute sagen. Ja. 74 Grad. Und wenn man so 70 hat, dann kann man wieder ballern. Na ja. Zwangspause. Bis gleich. Wie geht's aus, Alter? Wenn du Schub hast. Na ja. Früher sind wir im Eco die Twells runtergefahren. Schön boosten, Alter. Geil. Schön immer... Schön immer, ähm... Tempo halten. Genau. Immer Tempo halten. Genau. Immer Tempo halten. Ja, ich hab das schon ganz oft gehabt. Und werf auf diesen kleinen Dingern hier? Ja, aber das Tempo ist hoch. Täusch dich nicht, Alter. Ja. Denk da an. Ey, Junge, wir sind da richtig runtergeflogen. Das ist jetzt kein Blar, Alter. Das ist schon schnell. Wirklich. Glaube es mir. Ja. Alter, du bist nur hin und her geschleudert, Alter. Ich merk das auch. Ja. Voll out of control, Alter. Das sieht voll gefährlich aus. Ja. Die Pedale sind gut, Alter. Ich stehe hier immer richtig drauf. Ja, ja, ja. Abgezogen. Ja, ja. Horizon gibt's dafür. Wo willst du hin, Alter? Junge, Junge, Junge. Jetzt können wir nochmal anlaufen eben, Alter. Ja, ja, ja. Wo bist du schon... Hä? Ja. Wo bist du schon wieder? Bist du schon wieder bei deinen Maxi-Garagen? Ich lege mal den Pfeil mit der Bulle, Alter. Wenn ich kann es. So, jetzt aber. Gucken. Jetzt packt sie wieder. Ja. Das ist wenn die heiz wird. Ja. Das Amelia kommt frei. Oh. ja dann halt an, bevor du dich maulst meine auch, ich kann so durchschieben das kann doch nur sein, ich glaub bestimmt, weil ich kein Blach mehr drauf hab der ist kurz vor Ende, da ist wirklich überhaupt ein Millimeter drauf ich seh gar kein Blach mehr, ich seh nur noch diese Metallfeder 100% gestiegen musst du gleich wechseln die Bremsen ist kacke so, falls ihr eine Quickstuff die Radissima fahrt sagt uns doch mal eure Erfahrungen damit gerade fürs E-Bike wir liebäugeln nämlich auch mit der Bremse, das ist schweinerteuer aber wenn die top ist, weil der eine sagte mir nämlich in den Berge er hat 0% Leistungsverlust gehabt ja das ist da nämlich, die Bremsen bauen nämlich so massiv ab und falls ihr eine Versicherung bei Helden habt, könntet ihr jetzt eure Bremsbeläge einreichen ja richtig, genau weil Verschleiß Verschlissene Reifen, ebenfalls richtig, genau Verschlissene Reifen, was auch nicht gemacht wird, ist Service bei Gabel und Dämpfer genau das wird auch nicht übernommen, aber scheiß drauf dafür Sattelstütze kaputt Helden.de Sattel kaputt Helden.de Felden kaputt Helden.de wie gesagt, wir können alles alles willst du deine Drohne versichern? richtig Drohne gibt es auch nicht mehr Helden.de willst du deinen Hund versichern? Helden.de richtig und das ist nichts, weil wir da jetzt irgendwie was besonderes für bekommen sondern wirklich eine Empfehlung, die vom Herzen kommt richtig, richtig so, komm nebenbei Neumann auch ich hab auch wir haben beide die gleichen gleichen Probleme du hörst uns ja auch ja woh oh hier hat Marcel sich den Finger gebrochen da bin ich auch reingefahren, vorschweiße, besser unten ohne bremse wir fahren direkt rein wir können die Kamera auch vorher schon anmachen ja 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 okay macht so viel Druck Mann wir müssen nicht anhalten, wir fahren direkt rein oh was ist das denn hier steine los steine los ja 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 hey so Ah oh oh geil hier hat nur meinen Rest gegeben perfekt jetzt so wir sind durch mich aus dem Urlaub zurück erste Tour 1700 Höhenmeter gemacht wunderbar habe auch kein Boot mehr jetzt bin kaputt ja bis zum nächsten Mal wenn uns das Video gefallen hat lasst einen Daumen da wenn uns noch nicht abonniert habt lasst ein Abo da würde uns sehr freuen wir sind durch ciao